hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren folge dark souls 3 und dem wahrscheinlich schwersten spiel der welt so und ich würde sagen boss time in dark souls 3 liebe freunde wir haben jetzt endlich diesen shortcut hier freigeschalten die uns es ja ermöglichen sollte dass wir schneller zu dem boss kommen hoffe ich mal zumindest dass er oh scheiße jeder sollte mal hochfahren aber jetzt will ich erst schauen vielleicht ist ja hier unter dem fahrstuhl gibt es da noch was vielleicht gibt es noch irgendeinen geheimen gang oder so sehr gut schauen wir uns doch erst noch mal an da unten was da gibt nein geht diese welt runter titanitschale sehr gut geil aber warum ist hier ein hebel haben wir fast kann man jetzt gar nicht benutzen schau mal vielleicht gibt es hier unten auch noch mal was na hier unten gibt es nichts mehr okay dann könnte man jetzt normalerweise wieder zurückholen genau somit haben wir jetzt zwei titanitschollen auf lager also könnten schon zwei waffen zwei weitere auf zehn hochleveln diese habe ich ja schon auf zehn die jetzige müssen wir bloß mal schauen was wir dann hochleveln da werde ich aber jetzt noch ein bisschen warten damit mal schauen wir was noch für waffen gibt im spiel so ok ja mit dem anderen fahrstuhl jetzt aktuell 13 estus mal schauen ob es für den boss denn recht so und ich hoffe mal dass wir jetzt die blöden idioten hier nicht pullen und dass wir durch rennen können ok die patrouillieren da hinten ist hier vorne noch einer ok lassen wir den noch vorbeiziehen mal die haben uns jetzt nicht bemerkt und ich würde gerne mal probieren ob wir hier eine glute benutzen können vielleicht können wir irgendeinen npc hier rufen probiere ich jetzt mal aus vielleicht gibt es hier irgendwelche zeichen oder sowas ne schaut nicht so aus egal dann würde ich sagen boss time in dark souls 3 oh dear another dogged contender welcome unkindled one purloiner of cinders oh my god the mantle of lord interests me none the fire linking curse the legacy of lords let it all fade into nothing you've done quite enough now have your rest der sieht ja mal lecker aus waah ok 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 gut los waah eh die 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 Komm, jetzt spiel, komm. Bin ich auch mal dran hier. Ach, zu weit weg gewesen. Macht dir einen Schaden, ey. Heftig. Ach. 7 Estos noch. Wo ist er? Ah, genau, reingesprungen. Okay, 4 Estos noch. Ah, hat er eine Reichweite. Heftig. 3 Estos noch? Uh, heftig. Aber ich glaube, das war es noch nicht. Wie bei dem anderen Aschefürsten, dann ging es da auch noch weiter. Dear Brother, I am on my way. My Brother, unhielding sword of Lothric's Prince. Rise, if you word. For that is our curse. New hooker pack, oder was? Äh. 2, 2, 1. 5, 6, 5, 6. Boah, Alter. Hier ist es und weg. Boah. Boah, Alter. Boah. Hey, down. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah. Ist nicht leicht, der Kunde. Ok, dann würde ich sagen, nee, wir gehen jetzt nicht da hin, wir gehen jetzt hier hin. Das ist der Weg nämlich kürzer. Dann würde ich sagen, wir werden gleich in diesem Leuchtfeuer. Dann probieren wir es nochmal, würde ich sagen. Genau, und hier ist der andere Shortcut. Oh, jetzt fahre ich hier runter. Mensch. 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 Das war ja, das war ja. Okay, dann durch da. Ich nehme wieder eine Glut. Und dann rein ins Getümmel. Nein. Schwer, dass man den Glut behält. Den Banausen, den. Nein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Untertitelung. BR 2018 Man, wenn du den genau mal trifft, ist doch scheiße. Nein, das gibt's doch nicht. Alter, Banause, du. Ja, war ja klar, dass der mir wieder trifft, ist doch scheiße. Dann muss ich immer einen Schlag machen und dann gleich wieder weg. Mein Estus aktuell noch. Untertitelung. BR 2018 Boah, da bin ich überhaupt nicht gesehen. Mach gut, Aua. Na, da war wieder nix, Andi. Die sah sowieso nicht. Na, voll in die Dinger rein, Mann. Oh, Junge, der hat mich jetzt nicht getroffen mit dem. Oh, dear brother, I'm on my way. My brother, unhielding sword of Lothric's prince. Rise, if you word. For that is our curse. Und, bitte. Das ist wahr, Schäupte. Das ist wahr, Schäupte. Wir wachsen auf dich, Schäupte. Das ist wahr, Schäupte. Und, oh, Herr. Cheu darf ich hier serum sein. Das ist wahr, Schäupte. Ja, jetzt war klar, dass es mich noch erwischt. Mann, 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 Mann. Ja, ich renne genau rein. Boah, das ist doch scheiße. Boah. Ja, aber du bist hier auch. Boah. Okay, Leute, ich würde sagen, wie es dann bei dem Boss weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Jetzt sind wir doch schon über 20 Minuten. Ich hoffe, dass wir jetzt beim nächsten Trader mehr Glück haben. Genau. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin noch viel Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein Abo da. Aber bis zur nächsten Folge dann. Ciao. Euer Andi.